Hallöchen meine Lieben und Willkommen zu einem neuen kleinen Video von mir. Ihr seht gerade, ich habe das doof als ich euch mal in einem anderen Video gemacht und die Zeit kam endlich fertig. Aufgrund der Farbe habe ich es auf Gold getauft. So wie ihr sehen könnt, ist es ein Half-Bunnyspair gehäkelt. Ganz leicht und einfach in der Bearbeitung. Es ist glaube ich so weit, dass die einzige Tour, die ich so hängen kann, irgendwie flucht das andere bei mir noch nicht so. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.